Auch wenn viele Leitmedien das anders darstellen, das Bitcoin-Netzwerk ist eine der saubersten Technologien der Welt und mittlerweile fördert die Industrie rund um Bitcoin nachhaltige Energiegewinnung mehr als jede andere Industrie. Das belegt auch ein aktueller Forschungsbericht, der auch zeigt, warum die Daten von der Cambridge University, die seit ungefähr einem halben Jahr geupdatet wurden und stark nach unten korrigiert wurden, was den nachhaltigen Energiemix von Bitcoin angeht, warum diese Daten der Cambridge University nicht korrekt sind. Was alles hinter diesem Forschungsbericht steckt und was er herausgefunden hat, das zeige ich euch im heutigen Video. Viel Spaß damit! Bevor wir ins Video springen, ein kurzer Hinweis, wie immer, alle Informationen könnt ihr auf blogtrainer.de nochmal im Detail nachlesen. Den Beitrag hier, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und natürlich sind dort auch alle Quellen verlinkt, worauf sich der Beitrag bezieht. Der Forschungsbericht ist ins Leben gerufen worden von Daniel Betten. Daniel Betten ist Mitgründer von CH4 Capital. Das ist ein Risikokapitalgeber für nachhaltige Innovationen und hier fokussiert sich CH4 Capital vor allem auf die Beseitigung des Methans. Methan in unserer Erdumlaufbahn macht erhebliche Probleme, denn das zerstört unsere Ozonschicht und ja, die ganzen Negativfolgen daraus. Denn auch hier kann Bitcoin eine super gute Lösung sein. Man kann nämlich das Methan, bevor es dort landet, abfackeln und kann das abgefackelte Methan dann in Strom umwandeln, beziehungsweise in Wärme, dann in Strom und das benutzen für Bitcoin Mining. Das heißt, man hat sogar einen Gewinn daraus, das Methan abzufackeln, wo sich jetzt kein Gewinn realisieren lässt. Das aber nur als Beispiel für eine der vielen nachhaltigen Möglichkeiten, die Bitcoin hier bietet. Und der Daniel Betten hat jetzt eben sich zur Aufgabe gemacht, sich diese ganze Thematik rund um den Energiemix von Bitcoin anzuschauen. Denn wie ich ja auch schon bei der letzten Herausgabe der neuesten Daten von der Cambridge University kritisiert habe, diese Daten sind unvollständig. Diese Daten sind eigentlich halt auf Basis von Schätzungen, die nicht wirklich mit der Realität zusammenpassen. Beispielsweise geht die Cambridge University hin und meint halt immer, naja, wenn in einem Land der Strommix, sagen wir mal, zu 40 Prozent aus Kohle besteht und in diesem Land Mining betrieben wird, dann sagen sie einfach, ja, das Mining wird dort auch aus 40 Prozent Kohlestrom betrieben. Das sind natürlich Daten, die nicht korrekt sind, denn in vielen Ländern ist dann der Kohlestrom sogar viel teurer wie überproduzierter Strom, eben zum Beispiel aus Windenergie oder so. Und da diese Daten nicht belegt werden können von der Cambridge University, sind sie eben mit Vorsicht zu genießen und sind reine Schätzdaten. Interessanterweise kommt die Cambridge University so auf einen Energiemix von unter 40 Prozent Nachhaltigkeit, also unter 40 Prozent Anteil erneuerbarer Energiequellen, während aber beispielsweise das Bitcoin Mining Council aus den USA, wo alle möglichen Miner reporten, welchen Strom sie benutzen, auf über 60 Prozent Energiemix kommt. Und da muss man sich jetzt fragen, naja, wo liegt da die Wahrheit? Und die Wahrheit ist, wie viele auch schon vermutet haben, irgendwo in der Mitte. Genau das zeigt der heutige Forschungsbericht, der nämlich hier in diese Daten ins Detail geht und genau schaut, naja, wie setzt sich dieser Anteil zusammen und welche Dinge sind zum Beispiel beim Bitcoin Mining Council, aber eben auch bei der Cambridge University nicht berücksichtigt worden. Ein sehr interessanter Punkt ist hier das sogenannte Off-Grid Mining, denn ihr müsst euch immer überlegen, naja, es gibt ja einmal das Stromnetz, wo wir alle dranhängen, wo die Industrien dranhängen, die Haushalte und da kann dann auch das Mining dranhängen. Und das sind übrigens auch die Daten, die das Cambridge University benutzt, um eben, wie ich das vorhin beschrieben habe, ihre Schätzungen auf diesen Daten zu machen. Wo jetzt aber zum Beispiel gar keine Daten in die Schätzungen der Cambridge University mit einfließen, sind die Off-Grid-Daten. Das heißt, die Stromerzeugung, die gar nicht erst im Stromumlauf landet, sondern rein für Bitcoin benutzt wird. Ein Beispiel ist hier das abgefackelte Methangas, wo man beispielsweise ja einen ganz eigenen Kreislauf baut. Ja, das Metangas wird abgefackelt irgendwo an der Stelle, wo es keine Stromabnehmer gibt, außer eben Bitcoin Mining und wird sofort wieder in Bitcoin Mining umgewandelt und damit in, ja, das Bitcoin-Netzwerk gespeist. Das heißt, ein Teil dieser Hashrate, der jetzt gerade noch bemessen wird nach Cambridge, nach unserem Grid, der ist eigentlich außerhalb unseres Stromnetzes. Und dort wird viel mehr nachhaltig produziert, weil gerade das Technologien sind, wo man ja dann eben diese Nachhaltigkeit mit drin hat. Weil man eben sagt, naja, wenn ich schon irgendwo Strom erzeuge, wo es keine Abnehmer gibt, dann mache ich das gerade mit überproduziertem Strom. Und hier ist nämlich der Anteil viel höher und zwar bei 65,5 Prozent. Natürlich gibt es ja auch zum Teil fossile Brennstoffe. Wir hatten ja mal wieder so Meldungen wie beispielsweise, dass ja irgendwo so ein abgeschaltetes Kohlekraftwerk für Bitcoin Mining wieder angeschaltet wurde. Aber wie gesagt, dieser Anteil, der wird hier immer geringer, denn auch diese abgebrannte Kohle wird auf Dauer immer teurer und kann eben nicht konkurrieren mit überproduzierter Energie oder gerade Energie, die sonst kein Abnehmer hat, die vor allem bei regenerativen Energiequellen anfällt. Sehr spannend hier auch dieses ganze Thema mit dem Kohlekraftwerk. Da kommen wir nämlich jetzt als nächstes drauf. Denn das Unternehmen, welches dieses Kohlekraftwerk in Betrieb genommen hat, um daraus Bitcoin Mining zu betreiben, Marathon Digital Holdings, die haben nämlich das Kohlekraftwerk schon längst wieder abgeschaltet und sind umgestiegen auf ein Windkraftwerk. Das sind auch Daten, die das Cambridge University nicht berücksichtigt und auch nicht aktualisiert. Genauso wie beispielsweise die mittlerweile sehr veralteten Daten aus Kasachstan. Ja, und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Unternehmen, die das hier machen, auch merken, naja, manchmal ist da auch keine Rentabilität hinter oder auch, um das Netzwerk zu unterstützen, wechseln sie ganz bewusst ihre Technologien. Ein nächstes Beispiel hier ist nämlich ERKIT. ERKIT ist der Stromnetzbetreiber, wo nämlich die meisten Miner mittlerweile ihren Betrieb dran haben. Und ERKIT ist besonders in den USA, denn dieser Dienstleister, der den Strom von den Stromerzeugern hin zu den Haushalten und der Industrie bringt, dieser Dienstleister nutzt einen deutlich höheren nachhaltigen Energiemix als alle anderen Dienstleister dieser Form in den USA. Und das wird bei der Cambridge University ebenfalls nicht berücksichtigt, also dass die meisten Miner der USA eben bei ERKIT in Strom beziehen, beziehungsweise eben auch das Energienetz von ERKIT unterstützen, um hier auch Schwankungen im Energienetz durch eben überproduzierte Energie, durch nachhaltige Energiequellen aufzufangen. Und das ist eine große Besonderheit, die hier nicht berücksichtigt wird und die ebenfalls hier mit aufgenommen wurde von dem Herrn Betten. Ja, und so hat der Daniel Betten eben alle diese wissenschaftlichen Daten genommen und hat da eine komplett neue Analyse drauf gemacht und hat eben auch festgestellt, ja, wo entstehen hier die Differenzen? Gerade zur Cambridge University, wir sehen das hier, das ist der Bereich, den die Cambridge University sieht. Und da sagen die ja, ja, Bitcoin ist gerade zu 37,1% betrieben aus eben Sustainable Energy, also regenerativen Energiequellen. Und er merkt eben, naja, die haben hier nicht berücksichtigt, dass beispielsweise Marathon das Kohlekraftwerk abgeschaltet hat, dass die Off-Grid-Sustainability-Bitcoin-Mining-Anteile viel größer sind, weil sie eben bei ERKIT sind und nicht bei den anderen in den USA, dass hier Flaring benutzt werden kann, also dass Methan abgefackelt wird, um Bitcoin zu minen und das auch schon gemacht wird. Und so kommt er auf einen minimalen Anteil von 52,6%. Und jetzt muss man sich aber viel mehr fragen, also das ist ja schon mal gut, um hier zu zeigen, dass die Schätzdaten der Cambridge University eben sehr ungenau sind. Aber interessant ist natürlich jetzt noch, woher die Differenz kommt zum Bitcoin Mining Council, die ja mit teilweise über 60% ihren Strommix angeben. Und das erklärte damit, dass sie eben nicht auf den realen Hashrate-Daten basierend ihre Schätzung machen, sondern eben auf den geschätzten Hashrate-Daten. Also da gibt es immer Differenzen, ihr müsst euch immer überlegen, die Hashrate ist ja nicht eindeutig zu beziffern, sondern wird immer anhand der Difficulty gemacht und der Blockgeschwindigkeit. Und das heißt, hier gibt es Abweichungen in der Bemessungsskala. Und er sagt aber, die reale Zahl wird wahrscheinlich irgendwo bei 55% liegen, auch wenn er nachweisen kann, dass es im Moment nur 52,6% sind, aber die sind es auf jeden Fall. Und das ist hochspannend, weil das würde bedeuten, dass Bitcoin wirklich eine der saubersten Technologien überhaupt ist weltweit und dass Tesla ja, so wie Elon Musk damals angekündigt hat, eigentlich auf Basis dieser Informationen jetzt hingehen müsste und wieder seine Tesla-Autos gegen Bitcoin verkaufen müsste. Denn das war ja die Begründung von Elon Musk, damals zu sagen, hey, solange das Bitcoin-Mining eine Nachhaltigkeit von unter 50% hat, was den Energiemix angeht, möchte ich meine Autos nicht mehr gegen Bitcoin verkaufen. Und theoretisch, auf Basis dieser Daten, die das nachweisen, dass es jetzt so ist, müsste er jetzt eigentlich dann diese Aussage nehmen und sagen, naja, dann verkaufe ich jetzt meine Autos wieder für Bitcoin. Sehr gespannt bin ich auf die Reaktionen, die jetzt vor allem aus der ganzen Investmentwelt kommen. Denn wir haben ja dieses ganze ESG-Thema, das heißt diese Nachhaltigkeitsscores, die an allen möglichen Investments dran stehen und wo ja auch sogar Abgaben gemacht werden müssen in Form von Steuerzahlungen und so weiter. Und wo man ja auch versucht, so ein bisschen zentral geplant, die Welt wieder in einen nachhaltigen Bereich zu drängen, wo Bitcoin ja nachweist, naja, es ist eine der nachhaltigsten Technologien überhaupt. Und dazu sagt Daniel Betten selbst, Bitcoin kann mit Fug und Recht behaupten, allen anderen Branchen bei der Einführung nachhaltiger Energiequellen voraus zu sein. Dies ist ein sehr starkes ESG-Argument, denn es zeigt, dass eine Branche eine Führungsrolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien übernimmt, die das Potenzial hat, andere Branchen durch ihr Beispiel zu inspirieren. Also um das klar zu machen, es könnte jetzt dazu führen, dass eine Beimischung von Bitcoin in deinem allgemeinen Investmentportfolio dazu führt, dass dein ESG-Score deines Portfolios besser wird, weil Bitcoin eben einen so hohen Nachhaltigkeitsanteil mit reinbringt. Und das ist für Investoren hochinteressant. Nicht nur für uns als Privatinvestoren, gerade für die Risikokapitalgeber oder für die großen Investoren, die wirklich mit sehr viel Kapital ihre Portfolios aufbauen, Hedgefondsmanager und so weiter. Und das kann Bitcoin nochmal auf den Plan dieser ganzen Leute bringen und kann auch die Industrien so massiv fördern. Und war ja auch ein Punkt, den ich angebracht hatte, dass das auch ein Grund sein könnte, warum trotz niedrigen Bitcoin-Kurses die Hashrate so hoch ist oder sogar All-Time-Highs findet. Und das liegt dann einfach daran, dass hier die Industrien massiv ausgebaut werden, gerade das Mining, und dass das nämlich auch ein Nachhaltigkeitsfaktor sein kann. Denn das Mining lohnt sich immer dann, wenn du es aus regenerativen Energien betreibst. Jetzt ist meine große Frage natürlich, und ich denke, die brennt jedem Bitcoiner so ein bisschen in der Seele. Wann fangen die Leitmedien an, das Thema endlich korrekt darzustellen? Wann werden solche Forschungsberichte wie von der Cambridge University weniger auf Schätzdaten und mehr auf Realdaten basieren? Also meine Kritik war ja damals schon, dass diese Cambridge University komplett die Daten des Bitcoin Mining Councils ignoriert. Und da kann man natürlich unterstellen, ja, vielleicht hat das Bitcoin Mining Council Eigeninteresse, dass deren Daten schöner aussehen. Aber das könnte man ja überprüfen. Und man könnte ja trotzdem sagen, ja, wir haben die Daten mal aufgenommen, wir haben mal Vergleiche gemacht, wie es mit und ohne diesen Schätzdaten aussieht. Oder wir sind hingefahren, haben uns das angeguckt. Und das wird halt alles auch nicht gemacht. Und manchmal wirkt das Ganze einfach auch schon so, dass man das vielleicht nicht wahrhaben möchte oder nicht glauben kann, dass Bitcoin diesen Nachhaltigkeitsrahmen erfüllt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob dieses Bild sich jetzt so langsam ändert. Und wenn sich das ändert, wie das dann für die großen Investoren interessant werden könnte. Und vor allem, wie die Politik darauf reagiert. Denn das letzte Mal, als die EU über diese Themen debattiert hat, stand noch ein Proof-of-Work-Verbot im Raum, weil es ja eben so nicht nachhaltig und so schädlich sei. Und das wäre natürlich dann eine Argumentation, die einfach nicht mehr haltbar wäre. Und da interessiert mich vor allem eure Meinung. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Übrigens, falls ihr noch keinen Bitcoin-Sparplan habt, könnt ihr das super leicht mit der Relay-App erstellen. Relay ist ein Anbieter aus der Schweiz. Und wenn ihr hier einen beispielsweise monatlichen Sparplan von mindestens 100 Euro macht, spart ihr schon Gebühren. Ihr könnt nochmal Gebühren sparen, wenn ihr den Code BLOCKTRAINER verwendet. Außerdem unterstützt ihr damit natürlich unsere Arbeit. und braucht dann nur noch einen Dauerauftrag zu dieser App machen. Und der Sparplan wird dann immer dann ausgeführt, sofern eben das Geld dann dort liegt. Wenn ihr eben gesagt habt, hey, beispielsweise jeder dritte im Monat soll für 100 Euro Bitcoin gekauft werden. Link zur Relay-App unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bin ich jetzt sehr gespannt auf eure Antworten, auf die Fragen, was ihr denkt, wann die Leitmedien anfangen, das ganze Thema rund um Bitcoin etwas korrekter darzustellen. Schreibt es unten in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Und auf Wiedersehen. Macht es gut, liebe Leute. Und tschüss zusammen.